das würde ich mir dieses Teil da da verlierst du wieder 10 Prozent und 20 Prozent der Oberfläche ist es mal er hat mein vom Zombie her pull da muss man schießen und dann hält das andere Spieler das war nicht erst mal vordern lol sag's doch du bist der Einzige der sich die Beine bricht oberstrick da die Rosi hat ihre Tage ein Phishing Hook hab ich gefunden ich auch schon ich habe auch eine Schnur Handkopfschlüsse eine Roadflare oh achso Flair Munition für deine Dings das sind noch Gummistiefen das ist eine tolle Flairgarn ne ist eine Roadflare ist keine normale Flair nein da ist noch eine Flair Munition wo der Munition ist die kleine Roadpress sind die großen roten die habe ich nicht mehr glaube ich die Flairgarn Hauptsache immer rumpa landen nicht wo draußen wo wir reingekommen sind das sind die mich schon da wirklich als ich muss ihn aufgesammelt haben das war trotzdem und das ist das muss die erste Kopfhörer aufhaben sich innerhalb meiner Stunde die Bakterienzahlen auf dem Ohr versiebenfacht auch jetzt schön dass ich jetzt gerade alle fragen es ist mir wurscht ich dusche mich eh nur zweimal im Jahr jetzt wird aber vor was das siebenfache davon ist er ich würde so gerne abdrücken ne was mit der Mosin aber das mache ich nicht äh ja 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 greif mich an greif wir haben die denn wir haben sie drei mal auf das dass mein Gott nicht anders wird wo seid ihr denn ich bin ich war doch draußen vom Klaviergebäude ich kann ja eine Flairg Familie so hart hohoho aufgetrugen man das kommt zu mir ich weiß nicht wo du bist man ich schwörs dir das ist parkour bei mir aber leute kommt zu mir andere richtung und deswegen wurde jetzt du hin warte ist auf der straße für ihn zu so wieder so hardcore wie die bei mir rumlegen geht gar nicht klar aber ich habe es auf zu schlagen cool alter ich habe ihn schon längst getötet als er noch nicht auf zu schlagen cool so du meinst du hast dich auf alter geh weg von mir das habe ich die mosin draußen ok jetzt schießt du auf die ganze zeit mit der mosin bam 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 oh alle ich sag mal morgen mal ein katzenvideo mein erstes katzenvideo allerzeit cool ne weiter geht aber ich wollte schon wieder keine organisation mehr aber ich glaube jeder kann in meiner momo da noch eben das papp vorne mitnehmen und dann verpissen wir uns richtung west ist das papp oder warum ist das papp wow der zaun der sie aufhielt irgendwie schon so einmal noch hier und ist das bei dir im papp nein ich wollte gucken ob da was ist waschküche was ist da ja was könnte ja sein waschküche ich habe haschküche verstanden haschküche ja da ist er da kann man nicht durch ich habe ernsthaft haschküche verstanden waschküche boah ich mag den Sound gar nicht mehr auf diesen Fliesenmacht du 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 dann erschreck ich mich immer voll was für ein Ausland an der Momot nee wir haben Rabe schon wieder verloren rennet Icecat hier an dem 10-round-Clip und an dem Dosenöffner vorbei oder was ja sicher was? Dosenöffner? braucht keiner jungen, braucht keiner wo? halb ihren Fies in die Beine wenn du als erster hinlässt jeder Clip SKS-Munition so brauch ich nicht ach doch aber Dings braucht ihr ah ne doch nicht ne boah auch nicht ist denn ein anderer? den Möhl sehen hat anderer Minizieren wo ist Dosenöffner? boah 10-Round-Clip für Dings für SKS-Sky-Sky-Sky-Sky warte mal das hast du jetzt aufgehoben? ich hab einfach ein paar Rassen ne ich hab nix aufgenommen jetzt hab ich ne Dosenöffner genommen wo sind die 10-Rounds äh die liegen da schon hä? warum liegen die da schon wieder? die hab's nur nicht genommen wahrscheinlich weil sie keiner genommen hat liegen sie da ne jetzt hab ich sie ich hab sie vorhin auch schon genommen aber da anscheinend war der geleckt oder so? ich hab keinen Fall ich guck noch kurz in den Skibald rein da ist oft geil was zu futtern oder so mach das oder auch nicht war das ein Hackball? oh toll holz auf das Hackball ja ja notacola ja jetzt bin ich wieder nicht mehr genug energizeit weil ich muss meinen Rest wieder fressen ja du bist doch schon äh healing du bist doch schon völlig gesund oder? nein ich war healing nicht helfen wenn du dich verwundet bist würde ich dann nicht die ganze was zum Essen ich weiß noch gar nicht ob 15% Bakeltee ist reich dafür ich weiß noch gar nicht ob 15% Bakeltee ist reich dafür wieso mach ich eigentlich mit auf der Straße bin ich ein bisschen dumm ey ne hat nicht gereicht doch hat gereicht ich hab ne Brotzeitbox gefunden ich hab ne Brotzeitbox gefunden hä ich hab beides aus hellgrün und man kriegt kein healing ist das frech Brotzeitbox ne Brotzeitbox und natürlich hab Peaches gefunden wie ist das nur so ein Tripod mhm da hab ich auch schon zweiter stück mal gefunden ich krieg Schilling nicht das ist doch frech obwohl ich beides auf hellgrün noch warte mal ein bisschen kann man jetzt eigentlich mit dem Ducktape machen das ist immer nur noch für diese Scheiß behinderten Bomben da die man bauen kann oder? ne man kann noch den improvisierten Suppressor machen wow so ein paar Sachen halt was kannst du das machen? ah useless Ducktape und noch irgendwas hab ich vergessen ich hab's vorhin schon versucht Ducktape, Flasche und Bauschau, oder? ich glaub Ducktape und Flasche ist auch krass jetzt hab ich schon wieder Energized weg von hellgrün so so ich warte beim Treppenhaus zum Pub und dann komm mal ab oder? ich bin dann gerade noch in den Garagen ach stimmt hier sind auch Garagen glaub ich aber hier ist halt gar nicht hier boah alter das war ich nicht lauf weg hier wer war das? wer war das? ich bin in den Garagen drin wir werden beschossen wir werden beschossen jo von wem? ich weiß es nicht wissen wir nicht ich weiß es nicht ich höre es wer schießt da mit der M4? ich nicht sind zwei mindestens zwei boah ich stehe hier richtig schlecht gerade seid ihr gerade an so einem Auto dran? ich bin dann im Auto dran mit einem gelben Rucksack ich bin in dem Treppenhaus und Ziel auf den Eingang von dem Pub? ihr müsst sagen nein in so einem so eine Waschküche ich bin halt mitten offen hinter so einer scheißen Mauer hinter so einer scheiß Mauer neben dem Auto ne? ich kann mir vorstellen wo sie sind aber ich sehe ich auch ich habe es vom Berg die kommen oben halb vom Berg habe ich sonntag gehört ein M4 Schuss habe ich gehört und dann ein paar Mosin wurde es auf jeden Fall oder SGS war das? ne SGS war das nicht Mosin oder Karabiner oder so die sollen nur reinkommen da bekommen sie erstmal eine Ladung Schrot in die Fresse wer war an dem Auto? ich sitz neben dem Auto beim Papa an so einer Betonmauer und wer von euch wurde als erstes beschossen? ich glaube mehr deswegen und ich waren zusammen das äh keine Ahnung wo laufe ich jetzt hin? ich komme hier nicht weg dann schaust dich einfach ich bin hier richtig offen ich kann mich ja nicht an drei Seiten gleichzeitig umgucken besser die Oberhand weil die oben oben sind ne? versuch zu spotten ich bin ja eigentlich auch so offen von hinten und so weiter ne? ich auch dein Rücken hätte ich im Blick theoretisch aber meinen hat keiner ok das ist cool wo bist du denn dann bitte? oh fuck das ist das nicht ich seh ich ja leise 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 ich glaub ich hab Schritte gehört gib mittlerweile Granaten Leute geh aufpasst nicht dass die was werfen hm was machen wir jetzt? die sind gut geküft wenn der einen den 4 hat ja was halt nicht hm ich kann doch nicht über die Mauer rübergucken mit meinem 4 äh in meinem 4 person hack die hat nichts wo seid ihr jetzt? am Pub äh Pub Ausgang links weiß nicht wo die Garagen sind sag mal wo die Garagen sind Pub Haupteingang also diese Ecke ach da bist du Ram ach so hinter der Mauer steh ich da gerade wo der Tanker ist der Bauern Tanker also ich bin wenn ihr praktisch den Haupteingang raus geht an der Ecke links rum nochmal links rum ums Pub und dann in so eine blaue Tür rennen da wo eben so ein Treppen war da wo eigentlich nichts drin ist ja das Problem ist wir können ja hier nicht die ganze Zeit warten wir müssen nicht mal laufen ich wollte nur bis wir müssen nicht mal laufen weil leise ok also da draußen rennt ein Zombie lang und es hat keine Agro auf irgendwas ich weiß der war bei mir da zum weiblicher zum weiblicher ja dann sehe ich dort ich kann mir vorstellen wo die sind und wo? auf dem Berg da oben bei dir in der Nähe ja irgendwo definitiv vom Berg du meinst rechts oben bei mir also hinter dem Papp oder wie? westlich von uns westlich von uns ich hab keine Ahnung wie der Kaffee ach weiss ich doch kommt was das Problem ist halt die haben halt den besseren Überblick die wissen halt wo wir sind und wir wissen nicht wo die sind ich würde gerne das Papp rein ganz ehrlich ja auch wollen wir versuchen reinzukommen warte mal ihr wollt ins Papp rein ich springe jetzt gleich ins Papp rein ja warte das gleiche dann haben wir dann die zwei Ziele und könnten uns nicht entscheiden Moment ich muss erst D halt auf du Spasti also zähl an nein nein ok 3 2 nein 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 3 2 3 2 go 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 7 9 7 und definitiv auf euch geschossen ja ziemlich sicher ich bin tief nicht aber ziemlich sicher aber wir zu dem moment ziemlich offen war und zitierten sind wir gar keinen schlusswert wenn du bei den garagen was wir hatten sie gar keinen schlussfeld also wenn du gerade in dem moment bei den garagen was dann haben sie definitiv was geht es geht gerade mal hier zu den garagen ich bin jetzt im hinteren raum oben beim pop da wo das bett steht ja ich habe herausgelesen das werde ich aber jetzt nicht sagen kann nix an nichts was die leute angeht angeht die sich es hier angucken tut mir leid aufhören nein das ist alles gut ich muss euch nur ich höre schritte ich bin gerade nur gecoucht also wenn es das war jetzt war draußen bitte auf gras zum gras ja versuch du mal zu spotten deswegen ich habe die schatten kann ich bin hier vielleicht ein bisschen besser um zu verteidigen ja dann geht immer hier in den eingang irgendwie das für welche seite meint ihr jetzt müssten die sein links von uns da also von mir ist gesehen jetzt links hier vom werk haben sie geschossen also geradeaus quasi links entweder hier da wo ich jetzt sind sie ja von da oder direkt von da das problem ist halt ich denke da habe ich es einem schuss down oder ich treffe direkt den kopf ich kriegste mit einem schuss down aber das problem ist dass ich nicht weiß wo sie sind es sind viel zu viele ballen und es ist halt nichts du willst auch ins pop kommen ich habe umgehen ohne wir sind spaß sorry musste der bussen aufnehmen trotzdem wieso naja hier hat sein geschmack ja ich weiß nicht warum der typ so gehypt wird ich nicht verstehe ich kann es nicht verstehen dass die das so gehypt wurde dass er seinen vertrag gebrochen hat das vertragsbruch das ist ja ich gehe alles gut es hat sich geteilt und man hätte der angehört dass wir das vor mir was zum beispiel gesetzt hat also nicht vor mir sondern zu rechts von mir da wo die trippen sind die fläger ist das ich würde jetzt das wort ist auf dem boden bitte jetzt echt gern wissen wo die sind und ob sie doch ausgelockt er kann kann sein ist ja immer möglich weil die werden ja nicht schon gemerkt habe ich will es ja auch nicht vergammeln ehrlich ist was ist das da hinten genau das da ist das ein bursch oder bewegung oder ich versage also aus ich weiß nicht so weit weg können auch blätter sein bewegt mich mal okay ich müsste auch schon tot sein wenn du deckung haben willst du musst das sagen dann müssen wir erst zu dir hinkommen wir sind jetzt im hinteren teil vom pop in dem bett wenn da wirklich leute sind dann sagt dann sagt uns wo du langer ist da können wir dir vielleicht deckung geben ich glaube gegen jetzt hinter dem pop rechts also ne ziemlich weit links ich geht ganz weit in die stadt rein und geht dann komplett außenrum du rennst praktisch um den häuser block rum südlich haben dann haben wir da genau wie du aussiehst hat grüner rucksack grüner kauf und unten weißen weiße sturm was geht deswegen ja hast du mit du lässt du mir könnte ganz der gegen den sessler die leckst wieder scheiße jetzt war nur ein kleiner lecker ich bewegt dich mal ich stehe von dem bett okay ich glaube ich habe die sie aber echt jetzt bewege ich mich bei dir auf eine ecke okay jetzt glaube ich ist wieder ich habe einen normalen ping was jetzt am server ich habe deine position eingenommen bewegt ich muss nicht ich glaube ich glaube dass der server der laver sektor hat auf jeden jetzt bei dir noch ein bisschen was wirkt aber noch nicht mehr jetzt gott richtung fenster mit ist und mich oben auf dem hügel liegen ich kann nicht gucken ich muss gerade die tür dürfen weil märz also wir haben richtung direkt richtung hügel haben wir kein sichtfeld nur links und rechts hier war es also praktisch um den ziemlich großen toten winkel weil da keine fenster sind fabian kannst du magst du hier wieder an die tür gehen bewegt mich jetzt gerade zu dir nein mann fucking server jetzt direkt lieber dir okay ich vertraue einfach mal ich gehst mal schiff aber ich kann ganz ehrlich das ist ein reingucken jetzt glaube ich ja deswegen ja das bin ich so hier gerade neben mir ja jetzt gehst du wieder das hat die ganze zeit so ein leck jetzt machst du wieder die ist was wir oben auf dem hügel ist hat nix also von wo die schüsse kommen mir war auch so als kämen die von der straße runter heute ich glaube der server lecker du bist an mir kann es gar nicht liegen also macht jetzt mal nix wenn du auch ich noch mal und auch mal nach aber zu kein diesen siebziger ping wir haben alle kennt diese geht auch wenn sie sind es gab ein server lecker einfach sogar hier wird das kommt jetzt ist es geht geht den weiblichen zombie aber hinter dem pub aber das ist ja nicht so und ja ich kann noch mal gucken wird jetzt nicht so einer zu über die gehörte weil ich jetzt haben wieder gar nicht ich sehe gar nichts da ja das ja ja sehe ich laut auf der stelle bei mir und wenn du mit da wurde gerade hin läuft auch geradeaus da liege ich oben auf dem hügel wichtig hat gar nicht der bewegt sich der ist gar auf der stelle aber jetzt ich sehe die richtung an die er läuft ja alles klar der kommt bei mir auf ihn wieder kommt auf mich zu über das selber lecker zu übel was ist denn das ohne scheiß kann man das aber ich gut erfährt ist komisch hier oben ist gerade ist das ich stehe hinten in der linken ecke aber da kann ich nichts für bewegen du hast mich gerade praktisch gerade in der ecke eingezweckt du läufst bei mir immer einfach ecke zu ecke immer von ecke hier an der tür bis zur ecke da wohin ich weiß wo die sein könnten ich würde jetzt auch gar nicht krampfhaft nach denen suchen wir haben sie zwar gehört und sonstiges aber nicht gesehen wir müssen also in irgendeine richtung weg kommen die frage ist nur in welcher und ich bin jetzt hier oben von wo ich die schüsse auch gehört habe und da ist halt nichts ich ich weiß nicht von da wenn die von da gewesen wären welch tot gewesen selber wird die folie ausgehört aber das ist auch am sehr recht tot gewesen wenn ich hätte das auto dann gewesen war die müssen dann bin ich ein bisschen dumm die haben auf mich geschossen und die hat neben der beton war das sie müssen von rechts geschossen haben das heißt später das heißt ja sonst hätten ja nicht schießen können was das von dir von rechts davon vor allem der neue wo die kleine kirche drauf ist genau eine kirche also quasi direkt hier raus und war ok 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 aus der ecke mussten also die schüsse kam aber vom einfachen vom akustischen ganz woanders her er das haben wir von hügel das war uns das war unlogisch weil ich bin ja nach zur linken seite offen gewesen dann haben die vielleicht auf mich geschossen das kann natürlich sein und du lagst hinter dem auto oder das auto dort vielleicht nein nein ich hatte ich das ist ja das komisch ich hatte in tierisch nämlich kein cover weil ich meinte dass sie aus der anderen seite kam ja will ich mich doch bei dir nein ammann ich würde das echt gern mal weg springen also einfach ich hatte noch erstmal entweder bis später oder bis zum nächsten mal je nachdem wie es dann wieder funktioniert